Ey Keule, komm mal ran hier auf den Meter. Ich muss dir was erzählen. Letztens, da brauchte ich einen Rat, da brauchte ich Hilfe, da wollte ich was lernen, aber ich wusste nicht, wie ich es mache. Ich wusste nicht, wie fange ich das an. Wenn du sowas auch mal hast, klien das Tipp. Dann geh mal auf Ganga Coach. Da findest du nämlich Coaches für alle Themen. Ihr erlaubt Nachhilfe, ob Sprache, ob Hobby, ob Leben. Ja, du wartet jetzt, du findest da einen Coach. Suchst dir einfach ihn aus und buchst eine Stunde. Kostet auch kein Vermögen. Dein Coach hilft dir dann für 55 Minuten und beantwortet dir alle Fragen. Der hebt dir einen Rat und erklärt dir, was du wissen willst. Der trainiert das quasi mit dir. Nach der Stunde, ich schwöre dir, hast du einen Riesensprung nach vorne gemacht, Alter. Und irgendwie ist das doch immer ein geiles Gefühl, wenn man endlich was weiß und was kann. So wie Ecke. Ich wünsche dir jedenfalls viel Spaß auf Ganga Coach, wenn du da mal Hilfe suchst. Bis denn, wir sehen uns, Keule. Bis denn, wir sehen uns, Keule.